Ja Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Video hier bei mir, Korsam 13. Heute gibt es so ein Infovideo und zwar habe ich ein neuer Uploadplan. Es kommen wieder Daily Content Videos bzw. Streams bis zum August. Also bis Ende Juli würde ich sagen, behalte ich diesen Plan. Also sechs Wochen jetzt bis zu den Sommerferien am Anfang August. Und ich würde sagen, ich stelle euch den Plan heute vor in diesem Video. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich habe hier jetzt nach den Wochentagen welche Videos mal kommen. Ihr habt ja vielleicht gesehen, es gibt ja auch ein neues Minecraft Projekt auf meinem Kanal. So ich jetzt auch zweimal die Woche hochladen. Ihr werdet ja noch sehen, welche Tage. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit Montag. Und zwar kommt am Montag ein Brawl Stars Video. Da habe ich jetzt kein spezielles Brawl Stars Video gesetzt, aber da kommt auf jeden Fall ein Brawl Stars Video. Denn mein Kanal ist ja immer noch ein Brawl Stars Kanal. Aber ich will auch... Man merkt halt, dass sie auch keine Updates leider mehr so oft bringen und so. Und es einfach das Game einfach langweiliger wird. Deswegen will ich auch ein bisschen andere Games machen. Wie zum Beispiel Minecraft jetzt noch. Aber Brawl Stars kommt immer noch, Leute. Macht euch keine Sorgen. Fünfmal die Woche noch Brawl Stars. Zweimal die Woche aber Minecraft. Checkt das Projekt unbedingt ab. Ich weiß nicht, wie es ankommt. Ich hoffe gut. Heute kommt die erste Folge, wo ich das aufnehme. Und wir machen weiter mit Dienstag. Und zwar kommt Dienstag das Minecraft Jungle Projekt. Dienstag kommt immer das Minecraft Jungle Projekt. Da lade ich es einfach hoch. Am Mittwoch kommt dann ein Stream. Ein normaler Brawl Stars Stream, Leute. Wie ihr es auch schon gewöhnt seid. Wir haben jetzt weniger an der Schule zu tun. Wir haben jetzt schon alle Klassenarbeiten geschrieben. Das heißt, ich habe jetzt mehr Zeit, wieder Brawl Stars Streams zu machen. Das heißt, Brawl Stars Streams kommen dreimal die Woche. Mittwoch haben wir dann ein Brawl Stars Stream, Leute. Genau. Und dann machen wir weiter mit Donnerstag. Bei Donnerstag kommt auch Minecraft Jungle. Das heißt, Dienstag und Donnerstag kommt Minecraft Jungle Videos. Dann haben wir den Freitag. Daran hat sich nichts geändert. Da ist immer der Brawl Stars Stream, Leute. Da machen wir immer den Brawl Stars Stream. Und ja. Am Samstag hat sich auch nicht viel geändert. Da kommt einfach ein Brawl Stars Video. Das heißt, und am Sonntag der Brawl Stars Stream. Das heißt, zwei Brawl Stars Videos die Woche. Zwei Minecraft Jungle Videos in der Woche. Und drei Brawl Stars Streams. Genau. Das hat sich jetzt nicht viel geändert. Ich will in den Brawl Stars Streams ein bisschen mehr pushen, ein bisschen mehr Zuschauer Games spielen, neue Minigames machen, alles mögliche, Leute. Und ich will auf jeden Fall morgen am Freitag, ich glaube, ihr seht das jetzt schon am Samstag, aber da will ich auf jeden Fall am Freitag will ich ein, wir ein, zwei Stunden streamen machen. Dann seid ihr auf jeden Fall am Start oder morgen halt bei euch, Sonntag. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Haut rein. Tschüss.